Das Springlock Aftermath ist eine richtig geile Neuauflage von Five Nights at Freddy's 6 Pizza Simulator. Und ihr werdet es nicht glauben, aber es sieht unglaublich gut aus. Es ist anfangs recht einfach gehalten. Es gibt nur vier Nächte, aber diese vierte Nacht, gerade die letzte, hat es hart in sich. Und wir werden uns heute die komplette Demo anschauen, von der ersten bis zur vierten Nacht. Eins schon mal vorweg, ich habe anstatt Malted Freddy The Blob gesagt. Also seid da nicht irritiert oder sonst irgendwas. Ansonsten wünsche ich euch sehr viel Spaß mit dem Video und ich würde sagen, wir gehen auch direkt rein. Let's go. Nacht Nummer 1, The Return, unsere Rückkehr. Ist es jetzt unsere Rückkehr oder ist es die Rückkehr? Bestimmt eine mit Tronix. Okay, wir haben hier auf jeden Fall unseren Lichtschalter. Dann haben wir unsere Main-Tense-Dinger da, also die Reparaturen und sowas, wo wir darauf achten müssen. Wir haben die Searching-Files. Downloading-Files is one of your Main-Tests. Okay, wir müssen also Files downloaden. Okay, interessant. Da müssen wir auch darauf achten, dass wenn die fertig sind, dass wir die auch speichern oder sowas wahrscheinlich. Keine Ahnung. Wir müssen auf jeden Fall die Nacht überleben, bis diese Files fertig sind. Und ich bin mal gespannt, wie schwer das Ganze hier wird. Und können wir Freddy's Nase drücken? Ja, natürlich. Geil. Brauchen wir. Ist ganz wichtig, dass wir Freddy's Nose drücken können. Aber was ist das hier oben? Okay. Sehen wir denn irgendwo unseren Akkustand? Weil ich glaube, das ist ja meistens so, dass wir einen Akkustand haben, aber irgendwie auch nicht. Scheinbar nicht. Ich weiß jetzt nicht, was die hier oben zu sagen, aber die übertrieben wichtig sind. Wir werden es sehen. Employees only. Okay. Okay, dann gehen wir wieder raus und gucken mal, wie weit das hier ist. Searching-Files. Wir haben auf jeden Fall Audio-Lures, Motion-Radar und Kameravideo. Und... Ah, okay. Seht ihr? Und da können wir schon mal die Kameras wieder ganz machen. Können uns auch direkt mal umschalten. Aber wie mache ich das hier wieder zu? Weil hier ist ja jetzt nichts zum Klicken oder sowas, ne? Bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich habe leider Pizza-Simulator nicht gespielt, so wirklich. Nur so halbwegs mal. Leider auch nicht durchgespielt. Muss ich auch nochmal machen. Weil das hier ist ja eine Neuauflage sozusagen. Und sie sieht super gut aus. Also ohne Frage, das ist mega, was die hier rausgehauen haben. Beziehungsweise was Cesar hier rausgehauen hat. Absolut geil. Feier ich richtig. Okay, wir downloaden die Files jetzt. Muss ich draufdrücken, ne? Okay, gut. Alles klar. Ah, was haben... Das Ding ist halt... Ich weiß jetzt nicht, ob hier von rechts das... Also es kann von rechts und links was kommen. Das sollte uns eigentlich klar sein. Aber wo genau kommen die jetzt her um? Wer ist es? Ich weiß auf jeden Fall, dass irgendwie Scraptrap oder sowas müsste hier glaube ich dabei sein. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er verbessert mich, wenn es nicht so ist. Aber wir haben hier unten zwei Uhr. Das heißt, hier unten ist auf jeden Fall unsere Zeit. Wir können hier nochmal das hier anmachen. Weil ich weiß auf jeden Fall, dass Scrap Baby hier mit dabei ist. Aber ich weiß nicht, ob es schon in Nacht eins vorkommt. Das ist halt das, ne? So. Ist das jetzt hier jede Kamera einzeln? Hm. Okay. Wow. Wir haben erste Nacht geschafft und die war ziemlich schnell. Okay. A lost baby. Nacht Nummer zwei. Alles klar. Download the files. Ist klar. Haben wir gerade eben schon gemacht. Es ist noch immer drauf achten, dass wir schauen... Ah, da ist es. Da ist Scrap Baby. Shattered Baby is not active in dead state. Okay. Sie ist also nicht aktiv, wenn wir sie so sehen. Aber wie sieht sie denn aus, wenn sie aktiv ist? Ja. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Wir werden... Ich denke, sie wird auf jeden Fall sich bewegen. in dieser Nacht hoffentlich. Weil sonst ist es ein bisschen zu einfach. Ich zeige mal nochmal unsere Kameras. Wir haben hier 22, 30. Ich weiß... Ich weiß jetzt gar nicht. Normalerweise ist es ja so, dass man von 0 Uhr bis 6 Uhr spielt. Wie das jetzt hier ist, I don't know. Wir werden es sehen. Wie es abläuft. Okay. Bis jetzt ist aber hier noch nichts großartig unterwegs. So. Gucken wir mal weiter. Oh. Sketch... Okay. Scrap Baby ist erwacht. Ah. Wir haben jetzt natürlich nicht gesehen, wie das aussieht, wenn sie erwacht ist. Wir müssen auf jeden Fall... Ah. Okay. Wir müssen auf jeden Fall diesen Radar benutzen, wenn wir sie nicht auf der Kamera finden. Okay. Das heißt, wir können uns eigentlich erstmal Zeit lassen damit. Die Motion... Okay. Ich glaube, sie hat unsere Kamera gerade zerstört. Okay. Die Pfeilzeiten also auch an, sobald wir die Kamera wieder ganz machen. Okay. Interessant. Dann... Uh. Scrap Baby. Geben wir bitte wieder schlafen. Dankeschön. Okay. Sie guckt also direkt in die Cam. Sehr interessant. Aber sie sieht gut aus. Sie sieht sehr, 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 sehr gut aus. Und das gefällt mir echt gut. Oh, das ist jetzt verkehrt. Oh, was ist... Bist du denn? Ähm. Ähm. Was ist das? Das sieht aus wie das Alien, Junge. Aber wir müssen noch mehr downloaden. Was ist das? Okay, wait. Was ist das denn? Okay, müssen wir irgendwas... WTF? Was ist das gewesen? Das war doch... Das war doch kein... Das war doch kein Animatronic. Holy Crap. Ja, Scrap Baby ist wieder erwacht. Die können wir eigentlich die ganze Zeit schocken. Ich glaube nicht, dass die sich großartig jetzt hier, äh... Hinsetzt und sagt so, hey, hi. Hier, wir wollen miteinander sprechen. Ich will auf jeden Fall kein Tee mit dir trinken oder sonstiges. Behalten wir dein Zeug. Okay, jetzt ist unsere Cam wieder mal down. Aber wir können eigentlich auf Shutdown gehen. Nacht Nummer 2 ist complete. Aber was zum... Fucking... War das denn? Holy shit. Okay, Nacht Nummer 3. Die Musikbox. Fights only progress with the panel open. Jetzt... Okay, also jetzt wird's schwerer. In jeder Nacht wird etwas Neues dazukommen. Ist ja erstmal klar. Okay. Ah, wait. Oh, wie heißt sie denn? Puppet. Kann es sein, dass es Puppet gewesen ist, das wir gerade eben gesehen haben? Das könnte natürlich der Fall gewesen sein. Es könnte Puppet gewesen sein. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Weil Musikbox und sowas ist doch meistens Puppet, ne? Oder halt Freddy. Aber... Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Wie gesagt, wenn ich irgendwas falsch habe oder so, oder irgendwas nicht ganz richtig ist, packt es in die Kommentare. Und... Hi Scrap, Baby. Mag... Okay, ich höre die Musikbox. A new enemy is approaching and the musicbox is playing as warning you of its attack. Okay. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so geil. Wir müssen jetzt erstmal die Cam Guns machen. Ja, wir werden gleich den... Ja, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ähm... Wo ist... Na, wir müssen den Radar aus. Oh nein. Oh nein. Wir sind am Arsch. Wir sind einfach am Arsch. Oh ja, wir sind hart am Arsch. Aber... Wait a minute. Wir sollen aber das Audio benutzen, ne? Es ist ja immer noch hier oben, oder? Oh nein. Oh nein. Der Motion Radar ist auch kaputt. Okay, die Audio-Los müssen ganz gemacht werden und das auch. Oh wow. Jetzt... Wir sind mal am Arsch. Jetzt... Jetzt sehen wir aber gleich, wer es ist. Wer ist es? Oh nein. Können wir Licht hier dran machen? Nein? Wir waren zu langsam. Wo ist Scrap Baby hin? Oh fuck. Okay, Scrap Baby ist auch weg. Die Files funktionieren halt auch nur an dem Punkt, wenn wir... Okay, wait. Wir brauchen aber die Camps. Das ist jetzt ein bisschen stressiger, finde ich. Ist aber gut gemacht, also keine Frage, ne? Das ist halt einfach nur stressiger. Äh... Okay, wir machen hier. Aber wo ist fucking Scrap Baby hin? Du bist... Okay, wir sind auf jeden Fall in Sicherheit, wenn die Musik weg ist. Okay, das hört sich jetzt aber nicht daran, dass ich hier fein bin. Nein, oh. Okay, wo ist Scrap Baby? Wo ist sie hin? Die muss ja auch irgendwo sein. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir hier Files downloaden, schneller. Wir müssen nämlich dreimal jetzt downloaden, okay? Next. Let's go. Ich hab keinen Plan, wo die ist, ne? Wo ist sie? Okay, Scrap Baby muss da hin. Sie ist direkt neben uns, ne? Okay, Scrap... Oh mein Gott. Ich wusste es. Okay, Scrap ist... Die war einfach direkt neben uns. Scrap Baby ist also... ...sehr, sehr mobil. Okay, hab ich verstanden. Wir müssen drauf achten. Scrap Baby ist grün. Und die Music Box ist weiß. Okay, interessant auf jeden Fall. Ist natürlich jetzt klar, dass wir erstmal Scrap Baby wieder schocken müssen. Ganz wichtig. So, dass sie uns nicht irgendwie auf den Keks gehen kann. Ich finde aber, dass man die Files halt nur downloaden kann, während man in diesem Screen hier ist, ziemlich, ziemlich gut. Also, ich denke, das ist gar nicht so schlecht. Wir können kurz warten. Wir warten und warten und warten. Jetzt machen wir aber erstmal die Kamera wieder ganz, weil ich weiß nämlich nicht, ob noch ein Pfeil kommt, was wir downloaden müssen. Wäre natürlich ziemlich hart. Okay, die Musik geht wieder los. Okay, wir können Shutdown machen. Okay, let's go. Das war jetzt Nacht Nummer 3. Let's go. Lass uns in Nacht Nummer 4 springen. Nacht Nummer 4. Special Night. Shut that baby in her last step. Okay. Survive. Okay, wir müssen jetzt bis früh zum... Okay. Sie ist jetzt also unterwegs. Okay, interessant. Wir müssen jetzt erstmal schauen. Wir müssen bis 6 Uhr überleben. Wir haben bis 12 a.m. Wir sollten das aber eigentlich schaffen. Ich hoffe es zumindest. Okay. Es geht aber jetzt nur um Scrap Baby, oder? Nein, es geht nicht nur um Scrap. Okay, wir schauen jetzt, wo sie ist. Okay, wait, 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 da ist noch jemand. Wer ist das denn noch? Da ist noch jemand da. Oh mein Gott, Brudi, wer bist du denn? What the fuck? Wer bist du denn, Junge? Ich geh mal wieder nach Hause. Wo ist Scrap Baby hin? Oh, Scrap Baby steht direkt links nebenbei uns, ne? Oh mein Gott. Okay. Okay, ich hab keine Ahnung, was hier genau abgeht. Und wie wir die Nacht jetzt überleben sollen. Aber ich versuch's jetzt einfach nochmal. Okay, sie guckt uns jetzt an. Let's go. Wir müssen auf jeden Fall drauf achten, wo sie ist. Und wo dieses Plop Ding ist. Weil das muss man nämlich genauso schocken wie sie. Wenn ich das richtig verstanden hab. So, dann gehen wir mal wieder zu unserer wundervollen Scrap. Dann, hallo, bleib mal schön da stehen. Motion Radar, komm schon. Komm schon, komm schon. Jetzt, nice, danke. Okay, Scrap Baby. Ist da. Oh, Scrap Baby, guck. Kamera ist weg. Okay, und Audio los. Okay, das ist jetzt nicht so geil. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Wo haben wir ihn? Ah, da haben wir ihn, nice. Wir haben ihn gefunden. Wir müssen auf jeden Fall sehr drauf achten, dass wir ihn weghauen. Wir können die Audio los jetzt mal wieder ganz machen. Wir müssen nicht unbedingt da drinnen bleiben. Scrap Baby schocken. Das ist wichtig. Und immer wieder durchschauen, wo der Plop auch ist. Weil der, der kann uns ziemlich, ziemlich, ziemlich hart zusetzen. Und uns einfach direkt wegnutzen. Aber, wir kriegen das hin. Wir haben es 1 Uhr. Okay, was ist jetzt wieder kaputt? Ähm, ich würde sagen, da. Okay, den machen wir weg. Komm. Okay, 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 okay. Wir kriegen das hin. Wo ist sie? Wo ist sie? Da oben, okay. Den machen wir weg. Sollte machbar sein. Um 2 Uhr mittlerweile. Wir müssen bis 6 Uhr überleben. Ganz, ganz wichtig. Ja, du hast aber nochmal super lange, oder? Kann das sein? Wir schauen mal rum. Oh, die Musik wird besser und gruseliger. Sagen wir es mal so. Oh, reconnecting. Was ist jetzt passiert? Oh, wait. Mach mal den Plop weg. Super. Was war jetzt? Warum ist die Kamera komplett ausgefallen? Kamera kaputt. Yes. Hoffentlich geht es schnell. Komm schon. Okay. Wo ist unsere Music Box? Okay, wir haben sie da oben. Mach das aus. Motion Radar an. Das muss jetzt wirklich super schnell gehen. Dass wir nicht unbedingt den Plop jetzt vor uns bekommen. Okay, hier ist der Plop. Da kommen wir hin. Scrap Baby ist auch noch da. Audio, das können wir in der Zeit wieder anmachen. Wir haben es 3 Uhr. Sollten wir eigentlich schaffen diesmal. Ich hoffe es zumindest. Wir haben da unsere wundervolle Scrap. Okay, wo ist der Rest? Wo ist der Rest? Okay, geh wieder schlafen. Danke. Wir brauchen nichts. Außer deine wundervollen Augen zu. Danke. Wir schauen nach dem Plop. Wo ist der Plop? Da haben wir ihn. Musik Box höre ich auch schon wieder. Und das ist das nächste glaube ich, oder? Sollte auf jeden Fall so passen. Oh, Scrap Baby. Reaction. Reaction Time auf jeden Fall auf 100%. Wir gehen wieder die Audio das Ganze machen. Okay. Und Kameras. Komm, 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 komm. Ich will nicht sterben, Bro. Okay, Scrap Baby ist noch dort. Wo ist der Plop? Da ist der Plop. Einmal wegmachen, bitte. Scrap Baby, guck. Bitte bleibt da stehen. Bitte nicht bewegen. Danke. Okay, wir haben hier vorne jetzt die drin. Okay. Sollte aber machbar sein jetzt. Wir haben es 4 Uhr. Okay, Scrap Baby ist auch noch da. Wir können aber kurz die Audio-Lehr wieder zurücksetzen. Damit das nicht unbedingt... Okay. Wenn das reconnectet, kommt er rein. Okay, interessant. Motion ist kaputt. Okay, wir haben es 5 Uhr. Okay, kommt. Schaffen wir easy. Diesmal schaffen wir das definitiv. Haben wir sonst noch irgendwas jetzt? Audio-Lehr. Willkommen wir hin? Plop ist jetzt auch nicht in der Nähe. Scrap Baby bewegt sich gerade nicht. Das ist sehr stark. Oh, nein. Komm schon. Mach hin. Mach hin. Oh, wir haben es gerade so geschafft, dass wir Scrap Baby noch eben weggehauen haben. Okay. Ich versuche natürlich so schnell wie möglich jetzt zu sein. Und wir haben hier oben jemanden. Kriegen wir hin. Okay, wir haben es 5 Uhr. Es sollte gleich 6 Uhr sein. Es sollte eigentlich passen. Scrap Baby schaut wieder. Willkommen wir hin. Ich finde es aber schon krass, dass es jetzt plötzlich so schwer ist. Von 0 auf 100. Wisst ihr, was ich meine? Wir haben die Nacht geschafft. Oh, holy shit. Die war auf jeden Fall fucking high intense. Wow. Echt krass. Also das Spring-Dog Aftermath ist ein sehr, 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 sehr geiles Spiel. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf die Vollversion vom Spiel. Wenn das denn so high intense weitergeht, dann wird das Ding hier auf jeden Fall ein richtiger Burner. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Falls ihr irgendwelche Spiele-Vorschläge habt, könnt ihr mir die gerne unten in die Kommentare packen. Vergesst natürlich auch nicht auf unseren Discord zu joinen, um nichts mehr zu verpassen. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen restlichen Tag. Haut rein. Bis später. Kugi ist raus. Kugi ist raus.